Erste Runde Rangt hier! Rangte, Rangte! Zing Zong! Auch ein anderer Loot. Nicht. Ich wollte sagen, ey. Genau den gleichen Scheiß wie sonst auch. Ich hätte mal gerne... Heifhaken, bitte! Komm ich mein Ding nicht hoch da. So gut. Hier kommt dein Ding nicht hoch. Ja, sonst muss ich ja laufen. Also den richtigen Weg sowas. Hast du schon. Dann vergiss es. Ja, ja. Alles gut. Flaue Doppelkling. Boah, passt wieder Abgang gemacht, ey. Perfekt. Hat sich schon gelohnt, hier auch zu gehen. Oh Gott, ich hab auch fast wieder Abgang gemacht. Alter Schwede. Manchmal ist das rumgehöppelt hier oben, aber auch, ne? Miserabel schwer. Ja. Oh, 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 oh. Hat das auch hier oben. Na. Ah, eben. Wo ist er? Oh, er hat sogar die richtige Rüstung. Ja, ist doch gut. Dann geh ich hier mal wieder runter. Äh, ich folge dir. Guck mal, nächste davon. Ja, ist ein blaues Großschwert. Hä? Oh, okay. Na, das wollte ich mir aber selber. Ja, mach mal. Ist kein Blaues. Habt mich verterrt. Hier, komm mal hoch hier. Habst du das? Ja. Heute Rüstung. Uh, 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 uh. Was ist hier los? Kann man nicht, haben wir eine Flinte nicht? Hatten wir auch noch nicht? Nö. Halt erst zum Ende hin, dann wenn, ne? Ja, das geht ja nicht. Aber jetzt brauchen wir erstmal Waffen, ja. Ja. Jo, jo, mein Junge. Äh, mein Junge. Axel, da nicht rum. Ich will da dran. Danke. Oh, was hab ich denn hier? Meteor. Kanonenfähigkeit. Ich hab zwar eine Kanone, aber... Die fliegt bald wieder weg. Du hüppelst hier hinter mir? Nein, hier ist wer. Okay. Oh, da haben wir sie mal geblockt, die älter. Hier hüppelt noch einer rum. Einen Toton. Ja, muss immer die Waffe wechseln, äh, die Krise. Den Großschwert hier drin. Da siehst du ja nix. Braut sie jetzt hier. Was wollten die denn? Boah. War nicht vorbei. Ach, ne, wie ist das? Wie ist das? Wie ist das sich bewegen, der gewesen? Hat ja... Da kommt noch was. Komm da runter. Ich sagte... Komm da runter. Ich stacke unter der Wand, oder was? Oh ja. Ich stacke an der Decke. Ich hab meinen Endgegner grad gebunden. Na ja, ich bin auch im Weg. Das bist du. Ja, ich holte da einfach mal los hier. Hab einen. Das darf weg sein, ne? Gut. Oh, hier ist ein blaues Großschwert. Ja, damit. Auch mit schönem Skin. Oh, einer fehlt aber noch. Einer hat sich, glaub ich, verdünnisiert hier unten. Okay. Ah, hier unten kämpfen sie. Wartet! Weg hier! Hier sind auch schöne Großschwerter noch. Ne, ich bin grad Katana-Großschwerter... Äh, Langschwert. Ach so. Naja, ich hab Doppelklingen und... Großschwert. Boah, guck dir das Ding an, was ich habe. Das Großschwert. Au, das ist geil. Aber das, was hier drin ist, ist, glaub ich, auch ganz geil. Es sind auch zwei... Oh, ne, das andere ist schöner. Erstmal gucken. Ah, hier ist auch ein blaues Lang. So. Schwert und so. Okay. So, jetzt brauche ich aber erstmal hier... Alter, feilt das doch schon wieder irgendwo, ja. Hallo, ich möchte jetzt bitte looten. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, äh... Ob das jetzt nur so ein Pixel war, der irgendwie geflogen ist. Okay. Äh, keine Ahnung. Ja, ich sehe auf jeden Fall niemanden, ne? Ach, oh. Ach, stimmt, die können ja hier spawnen. Ja, und wir lassen das völlig außer Acht. Ja, aber hier war keiner, weil die Lieder, äh, die gelben Dinger noch. Ja. Oh Gott, das hat sich ja richtig gelohnt. Also gar nicht. Oh, drei lila in der Dinger. Dolch, Bogen und Phantomschnitt. Gut, Phantomschnitt nämlich selbst. Habe ich denn hier gerade drin, Angriff, Angriff, okay. Ja, kommt bei. Perks. Bei mir? Ja. Ja, und, was soll ich jetzt hier machen? Weiß ich nicht. Ich hab den mal kurz, ne? Mal kurz aus dem Leben getrautschen. Ich hab keine mehr, deswegen konnte ich nicht ran. Ja, jetzt geh ich mal kurz. Ja, ich hab keine. Ja, ich hab nichts. abbrechen ja ja ich habe jetzt noch nicht so ganz gesehen wie er was gelernt es kann ich was die immer herkommen dass unser schloss das haben wir ja schon doch schluss mit wiederbleiben kommt ja wieder in der special kiste sag ich mal ist hier gespawnt ich hoffe da ist direkt schon regio drin aber ich glaube das kommt erst im späteren spielverlauf oder ich hoffe dass es jemanden anloggt und ja alles noch lila machen wir uns erstmal wieder lautlos müssen wir hin noch nicht weit hier kämpft wer irgendwo ich denke mal wahrscheinlich eher wieder über uns grüße nix da kollegen haben wir Ich hab den anderen hier im Gange. Tschüss. Amba. Easy. Oder Kill. Abstauber hier. Jetzt holt er sich jeden. Katana ist hier drin. Ist ja jetzt auch Wank. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen anstrengen. Achso. Katana, was für eins? Nee, nee. Nicht Katana selber eine Waffe, sondern der Perk dafür. Achso, der. Ja, den nehme ich mal mit. Ich muss mir das ganze Geld ausgeben hier. Blinte. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da oben. Nicht bluten, natürlich. Ich will mal eine anständige Waffe haben, aber irgendwie. Oh, bei mir. Ah, ich krieg auch mal einen Kill. Locke die ganze Zeit. Dun, 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 dun. Was liegt denn hier alles lila in das Raum? Aber das ist das gleiche. Hab ich gerade. Ja, nö. Ja, nö. Kade. Na ja, ne. Hier mal eine Zone, würde ich sagen. Ja gut. Ja gut. Wir müssen zur Zone? Wie? Wir müssen leider unsere Hochburg hier verlassen, ne. Ah, ist ja langweilig. Wir können noch an der Grenze stehen bleiben. Der eine Pagode hier, da können wir noch bleiben. Also. Ilana Bogen. Wofür auch immer. Ja, Mann, ich glaube hier auf dem Balkon stehen. Hab ich noch höher. Hat eine Aussicht, Alter. Spiel sagt wieder mal nein. Will wieder nicht. Ja, wenn man auf der Entfernung jetzt nochmal Gegner sehen würde, wäre das schon nice. Ja, vielleicht will man es auch gar nicht wissen. Nee. Juhu, drei Zuschauer. Ich hab ja eine Flinte dabei. Also ich könnte ja snipen, wenn ich wollte. Da bewege ich mich noch bei, ne, ja. Gut. Aua. Du hast mir so viel Schaden gemacht. Ah, ich war das nicht. Das war der da hinten, der da hinten rumhüppelt. Den man gerade noch nicht sieht. Das fehlt noch, ey. Dass ein Rank jetzt auch Team Damage an ist. Oh Gott. Glückwunsch, Alter. Ja. Eine Minute drin. Wir tot. Kein Gegner getroffen, nur uns gegenseitig. Gruppe Info. Oh. Du kannst auf J sehen, was, wie viel er schon, wie viel gemacht hat. Oh, cool. Das wusste ich ja nicht. Hier, kommt auch was. Ja, echt? Wo? Unter uns. Hm. Oder in uns. Ah, nee, die sind schon weg. Die sind unten im Canyon drin, ne? Achso. Gut. Gut. Und da kommt er gerade hoch. Und ich bin auch runtergefallen. Wir müssen weg hier. Das ist mir jetzt so eng da oben. Er hat noch ein paar Heils gekriegt. Ich verziehe mich hier runter. Komm mal hier hin. Oh ja, der ist gleich tot. Du wirst es nicht. Achso. Ich bin tot. Ja, dann, äh. Mach was dir weht. Oh ja. Ich hab mich nochmal schnell geheilt an ihm. Hier unten drin hoppeln sehr ganz viele. Ja. Moin, Leute. Wir sind auch da. Ops. Den wollt ich gar nicht töten. Ich hab auch irgendeinen. Amba? Ja, ja. Ja, gut. Hier ist ein Lelanes Katana. Das nehm ich mir jetzt aber selber mit. Langschwertfähigkeit. Großschwert für mich. Was haben wir hier? Katana. Bogen. Dann nehmen wir das Katana. Ja, dann gehen wir mal. Ach, da lang. Das will mein Handy von mir. Nix. Ah, da. Pusteblumen. Lumpf noch. ULTIMATE IS READY. TITO. Einten kämpfen sie. Kutsu ni mitsita kode. Frue o no no ke. Das ist doch mal on pool. ist ein denken ohne ich weiß komm nicht mehr weg glaub ich teil mich gegen Kaffe gib mir dein scheiß Loot Uff, uff, uff hat mir sogar noch ein Dinger durchs Großschwert gebracht, die alter kurz dazwischen geschmissen, alter, dann wärs er tot gewesen das stimmt, alter, Junge, Junge, so knapp das stimmt noch mal Epic Loot äh, Legi Loot ja aber der Typ wird hier vorne irgendwo sein, wo das Ding gerade runterkommt der geht mir jetzt zumindest ne nein ne 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 Wenn er sich weiter so zeitlos ist meine Ulti gleich ready Ich sehe ihn nicht bisher Ich einfach keine Geräusche mache Das müsste der höchste punkt sein in dem bereich hier mit also jetzt der berglame ausgenommen Er wird safe irgendwo im Ost-Süd-Ost dahinten Oder er war bei der Tante die wir da gekillt haben irgendwo noch Und? Dann ist er aber... Ne, retten kann er nicht Nö, dann wäre er schon wieder da Ja Wollen wir mal gucken, dass er ein bisschen lauft Oh ja, warte Ich höre ihn, ich sehe ihn Ja, da kommt er gerade in der Mitte Ja, der will zu dem Ding hier Was jetzt gleich spawnt Abgebrochen, ne? Ne Immun Okay Mach mal das halt so Dann eins ist raus Dann zwei ist raus Und da ist dann drei Oh, aus der Range gelaufen Komm her hier Ja, Ruhe jetzt Mal das ganze Gold mitnehmen Oh ne, das war glaube ich mal unser erstes Rankte Hahaha 18 Kills Easy Huf Ja 18 von 60 haben wir gemacht War es eine volle 60er Runde? Ich weiß es nicht Aber gehen wir mal davon aus Ja, easy Die ganzen Plaketten da an, ey Fünf Gegner im Schloss töten, oh easy Killeranführer Kein Ding, Junge Was? 53? 49 gab es bei mir gerade mal Aber davon habe ich alle anderen Punkte mehr wie du Ah Die da standen Die sind komisch Ah, Sekunde, kurz Klo Naja Geile Sache Das war War nice, ne Erster Ranked Gewonnen Läuft